Hallo, mein Name ist Bernd Auer von PDXperts. Heute schauen wir uns an, wie man mit Pipedrive E-Books verschicken kann. Sie kennen das. Man erstellt ein E-Book, gibt es auf seine Webseite, die Leute finden es auf Google, kommen auf ihre Seite, geben dort ihre Daten an, inklusive der E-Mail-Adresse und bekommen dann einen Link zugeschickt, unter dem sie sich das E-Book herunterladen können. Genau so was bauen wir uns. Was brauchen wir dafür? Eine Webseite und Pipedrive. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Ich klicke bei meinen Leads auf die Webformulare. Als allererstes braucht man ein Webformular. Ich möchte ein neues erstellen. Das habt ihr schon mal gemacht. Ganz einfach ein Design auswählen. Wir wollen Sprache auf Deutsch, einen gewissen Stil. Können sie mal herumspielen. Weiter und in dem Fall nehme ich tatsächlich Materialien herunterladen. Sie können auch ein komplett eigenes Webformular erstellen, aber ich möchte es gleich mit der Vorlage machen, weil dann habe ich schon alles. Also ich brauche ein Webformular erstellen. Sie können da auch benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Im Moment habe ich nur Name, E-Mail und den Firmennamen da drinnen stehen. Ich könnte zum Beispiel jetzt auch eine Anrede abfragen, wenn ich das benutzerdefiniertes Feld in meinem CRM angelegt habe. Da drinnen habe ich Herr, Frau, die möchte ich da anzeigen lassen. Also genau so möchte ich es machen. Aber ich frage es jetzt nicht ab, weil das reicht uns. Diese Felder da drinnen können wir jetzt natürlich noch bearbeiten. Ich möchte nur noch ein Unternehmen fragen. Wichtig ist jedenfalls, dass Sie dann klicken auf Optionen eintragen. Das ist sozusagen die Dankeschön-Nachricht. Da drinnen wollen wir jetzt noch keinen Link haben. Den wollen wir bei E-Mail schicken. Das Material wird zugeschickt. Ich bin sicher, Sie finden noch einen schöneren Text. Wichtig ist aber, dass wir da hier einen Liednamen-Präfix nehmen. Den brauchen wir nachher für die Automatismen. Man könnte zum Beispiel da reinschauen. Der Präfix ist E-Book mit einer äckigen Gamma. Das sollte etwas sein, was Ihre Workflows nicht verwechseln. Also bitte nehmen Sie etwas, was wirklich ganz einzigartig ist, genau dafür. E-Mail-Benachtigung möchte ich jedes Mal bekommen, wenn jemand das Formular ausfüllt. So gefällt es mir schon sehr gut. Stil passt auch. Teilen und Einbetten. Das, was ich da hier jetzt brauche, ist in meinem Fall, ich habe eine WordPress-Seite. Ich brauche hier den Code-Snippet. Kann ich mir da rauskopieren und auf meine Webseite einbauen. Gut, dann speichere ich das jetzt. Mache ich nicht, weil ich habe das nämlich bei mir in meinem System schon vorbereitet. Können Sie sich aber ziemlich gut vorstellen, wie das ausschaut. Also ganz genau gleich. So und den nächsten Schritt gehen wir zu unseren Workflows, weil wir wollen ja, dass automatisiert ein E-Mail geschickt wird. Ich klicke drauf, erstellt von mir, habe ich natürlich schon vorbereitet. E-Mail, E-Book, sechs Vorlagen heißt es von mir. Schauen wir uns den ganz kurz an. Ich möchte sagen, Trigger-Ereignis soll sein, wenn ein Deal erstellt wird. Und das ist das Wichtige jetzt. Das ist der Präfix, wenn im Titel des Deals E-Book, E-Mail, Vorlagen, so heißt es bei mir in der Live-Version. Wenn das Trainer steht, dann soll dieser Workflow getriggert werden. Okay? Und was soll dann passieren? Dann soll ein E-Mail geschickt werden. Wie schaut dieses E-Mail aus? Ich möchte an die E-Mail der Kontaktperson dieses E-Mail schicken. Hier wird er automatisiert. Anklickt, wenn ein Deal erstellt wird. Da unten steht drinnen der Link für das bestellte E-Book für. Da schreibe ich noch einmal den Namen der Kontaktperson rein, mit dieser eckigen Kammer. Und ganz unten steht, hallo, vielen Dank, bla bla bla, für das herunterladen. Bitte laden Sie es hier herunter. Dieser Link führt wieder zu meiner Webseite, wo der Link für dieses E-Book drauf ist. Ja? Alles klar? Anwenden. Aktivieren, getriggert durch jeden Nutzer und speichern und schließen. Dann müsste es eigentlich schon funktionieren. Schauen wir uns das mal an. Dazu gehe ich jetzt als allererstes auf unsere Webseite, wo ich das Webformular eingebunden habe. Ist da ja auf 5,5, 30 Tage kostenlos testen, falls Sie mal nicht testen wollen jetzt, sondern wenn Sie das E-Book herunterladen wollen. Wenn Sie Freunde haben, Sie können auch da hier ein Test-Account starten. Anderer Workflow. Aber wir wollen uns jetzt das E-Book anschauen. Das habe ich da eingebunden. Wir haben noch was für Sie. Und da hier ist genau das Webformular. Das, was Sie da sehen, ist das Webformular. Da schreibe ich jetzt hinein, den Bernd Auer. Das ist der Name. Da schreiben wir jetzt rein an die E-Mail-Adresse zum testen. Das ist die Bernd-Test.auertest.gmail.com. Lies ich nicht. Dahin was zu schicken bringt relativ wenig, ich sage es nur. Und der Unternehmensname ist PD-Experts. So, Download-Link erhalten. Ich mache das jetzt aus Kundensicht. Das hier ist noch eine Danksage-Nachricht. Ich schaue rein in meinen Posteingang. Ich glaube, da schon was gekommen ist. Oh, da ist er. Das war jetzt live übrigens. So schnell geht es tatsächlich. Da, der Bernd Auer hat geschickt. Der Link für das bestellte E-Book für Bernd Auer. Vielleicht sollten die anderen Namen jemand beim Testen, aber Sie können es sich vorstellen. Ja. Hallo, vielen Dank für die Bestellung. Hier ist der Link und ich klicke drauf und kann mir hier das E-Book downloaden. Ja, so einfach geht es. Und jetzt wollen wir uns noch anschauen, was bei mir aus Firmansicht passiert. Ja. Also, ich bin jetzt in meinen Posteingang gegangen. Ich habe das ja so eingestellt, dass ich jedes Mal benachrichtigt werde, wenn jemand das Webformular ausfüllt. Deswegen bekomme ich da ein E-Mail zugeschickt. Ja. Ich sehe da hier, Pipeline schickt mein E-Mail. Ich habe einen neuen Webform-Deal. Ja. Nämlich Deal-Name. Das ist der Präfix, den ich eingestellt habe, von Bernd Auer. Also, ich habe die ganzen Daten da auf der einen Seite auch schon einmal. Aber ich habe das ja natürlich auch in meinem Pipeline. Wenn ich da aufklicke, sehe ich da hier E-Book E-Mail Vorlage und habe die ganzen Daten automatisiert bei mir in meinem Pipeline gespeichert. Mir heißt diese erste Phase da oben nicht aus Zufall recherchieren, weil ich möchte natürlich wissen jetzt, wer das ist, wer hat sich da das E-Mail heruntergeladen. Also, ich schaue, ob das ist eine Firmenadresse oder das ist eine Gmail-Adresse. Ich fülle da oben Anrede und so weiter aus und kann es weiter leiten zur Bearbeitung. So einfach ist es. Wenn Sie Fragen haben, gerne melden. Abonnieren Sie noch den YouTube-Kanal. Ich stelle jetzt immer wieder solche Videos dann auf. Es gibt noch einige spannende Themen im Pipeline zu besprechen. Viel Erfolg damit!